Wir sind heute im Tunnel Cannstatt unterwegs und können uns heute anschauen, welche Arbeiten wir für das Anschlussprojekt P-Option in den letzten Monaten schon absolviert haben und welche Arbeiten in den nächsten Monaten und Jahren noch vor uns stehen. Die P-Option ist schon eine alte Idee. Bei der P-Option greift man den ca. 110 Jahre alten Prag-Tunnel wieder auf. Dieser würde mit Stuttgart 21 eigentlich außer Betrieb genommen werden und wir reaktivieren diesen Prag-Tunnel und schaffen einen zusätzlichen Anschluss an den Tunnel Cannstatt und somit haben wir dann einen viergleisigen Zulauf aus Richtung Norden in den neuen Tiefbahnhof. Zur P-Option gehört zum einen der Tunnel Wartberg, ca. 900 Meter lang, der hier an den Tunnel Cannstatt anschließt und der verläuft ca. bei der Löwentorbrücke der Heilbronner Straße in Stuttgart an die Oberfläche. Dann gibt es ein kurzes Stück an der Oberfläche und dann geht es in den Prag-Tunnel und in Feuerbach schließt das Projekt P-Option dann an den Bestand an. Da hinten an der Querschnittsfläche kann man einen der größten Querschnitte sehen, die wir bei Stuttgart 21 aufgefahren haben. Wir haben dort eine Querschnittsfläche von 270 Quadratmetern. Letztlich eine große Herausforderung, eine von vielen Herausforderungen bei Stuttgart 21. Das Projekt P-Option ist nicht Teil von S21. Das ist eine Idee von Stuttgart 21. Es ist jetzt aber ein Anschlussprojekt. Das Land Baden-Württemberg hat uns dazu beauftragt, dieses Projekt jetzt in die Tat umzusetzen. Und mit der P-Option können wir diesen am stärksten frequentierten Zulauf, Tunnel Feuerbach, entlasten und dafür den Tunnel Cannstatt, der zugleich am wenigsten frequentiert ist, mehr belasten. Wir brauchen die P-Option zukünftig, um auch den projektierten Tunnel Nordzulauf zu planen. Ein neuer Fernbahntunnel, der die Schnellfahrstrecke Stuttgart-Mannheim direkt an den Tunnel Feuerbach anschließt und der dafür da ist, dass der Deutschland-Takt auf der Relaktion Mannheim-Stuttgart erreicht werden kann. Wir haben in den letzten Monaten den Tunnel Cannstatt auf einer Länge von ca. 100 Metern vergrößert, um dann später hinten links den Tunnel Wartberg anzuschließen. Man kann hinten die sogenannte Brillenwand erkennen. Rechts wird es später nach Bad Cannstatt über die neue Neckarbrücke gehen. Und links, wo wir jetzt nur eine Wand vor uns sehen, wird der Tunnel Wartberg anschließen, der dann letztlich nach Feuerbach weiterführt. Da werden wir zunächst 20 Meter lediglich vortreiben und werden dann erst später, unabhängig vom Betrieb im Tunnel Cannstatt, der ja mit Stuttgart 21 in Betrieb gehen soll, den restlichen Tunnel herstellen. Die Arbeiten, die wir gerade hier unten durchführen, werden über den sogenannten Zwischenangriff Nord angedient. Von dem Zwischenangriff Nord haben wir schon den gesamten Tunnel Cannstatt hergestellt und sind jetzt dabei, die Arbeiten für den Tunnel Wartberg hier fortzusetzen. Aktuell laufen die Vorbereitungsmaßnahmen, wo wir zunächst eine vorauseilende Sicherung mittels eines vorauseilenden Rohrschirms herstellen, um dann im Schutze dieses Rohrschirms den Vortrieb herzustellen. Also die Vortriebsgeschwindigkeit, die wir hier erreichen, ist natürlich abhängig vom Gebirge. Wir können hier mit dem vorauseilenden Rohrschirm, der zunächst herzustellen ist, im Mittel Vortriebsgeschwindigkeiten von ca. 1 bis 1,50 Meter pro Tag schaffen. Eine der größten Herausforderungen bei den weiteren Planungen wird es sein, den Pragtunnel, der eben schon etwas in die Jahre gekommen ist, zu beplanen und zu schauen, was muss im Pragtunnel gemacht werden, um ihn für die Zukunft fit zu machen. Vielen Dank.